großartig was man alles mit so einem anhänger machen kann auf die schnelle mal eben jemandem der mit seinem lastenrad verunfallt ist einfach mal eine abschlepp service bieten so ist doch also wie vielseitig so ein anhänger sein kann vielleicht jetzt sagt oh scheiß so großes fahrrad da brauchst du einen transporter wir zack klatsch da la cargo go so